was geht was geht und damit ein herzliches willkommen wieder hier bei einem weiteren video auf meinem kanal ja ihr könnt schon sehen ich spiel wieder brawl stars ich finde es wieder geil also ich habe halt einfach wieder bock gehabt macht auch wieder spaß genau und heute spiel mal verstecken mit moritz moin moin was geht genau also ich mache es halt so moritz muss ich jetzt verstecken und ich muss ihn halt dann finden also ich bin halt kalt er wäre das gleich mit offer muss er halt kalt auswählen jetzt bin ich erst mal dran beziehung also wir laufen jetzt erst mal runter oder leichter so schnell also hier muss halt moritz jetzt reinlaufen ich muss ihn halt suchen darf aber keine ulti benutzen weil sonst würde das ja alles welche alles kaputt machen zu 321 und ich fange an mit suchen und ja jeder spielt jeder sucht einmal und auch versteckt sich auch einmal so dass man überall einmal dran ist das ganze ein I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I will fly you from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky So Leute, ich muss mich jetzt verstecken Moritz muss mich halt jetzt suchen Und ja genau We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul If we try to believe In anything made of that a miracle It wouldn't be this difficult If we try to be We are heroes tonight Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.